Wir umkreisen jetzt den... ...neuen Planeten. Gucken, was wir hier so finden. Das ist eine Kackstelle. Komm weiter. Wir sagen einfach ade zu unserem Heimatplaneten. Und gehen deutlich weiter. Immer weiter. Tundra. Und dem kommen wir. Dem können wir nicht. Tundra. Ich glaube, viel mehr Planeten gibt es hier dann noch nicht. Bisher. Oh, wir sind durch den Planeten durchgeflogen. Ähm, ich guck noch mal kurz. Aber ich glaube... Okay. Ja, gut. Dann landen wir hier. So, da. So, da. Wir sind dabei. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Jetzt zu spät. Wir können es ja immer noch zurück. Aber... Wir sind hier. 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 ein paar Energiedinger bauen. Und bauen ein paar Verbindungen. Wir sind hier. 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 Und wir werden gar nicht mit Sturm versorgt. Obwohl wir Sturm draußen haben. Und wir haben auch schon eine Höhle gefunden. Oh Gott, ich sterbe. Wenn ich hier runter falle. Okay, jetzt werden wir wieder versorgt. Gehen wir mal weiter hier gucken, wo wir theoretisch hin könnten. Ohne zu sterben. Okay, hier nirgendwo. Dann bauen wir irgendwo anders eine Höhle wieder rein. So. Sollte ich vielleicht zumachen, oder? So, fast wie neu. Klack dann einfach mal in eine andere Richtung vor. Und zwar die hier. Ist nicht mehr windig. Ah, okay. Das fängt wieder an. Sehr schön. Windenergie ist hier unser Weg am besten, wenn wir gehen sollten, um alles zu versorgen. So. Komplett unterhöhlt, ne? Muss doch hier irgendwo einen Weg runter geben. Oder können wir uns hochbauen? Warte mal. Können wir. Sehr gut. Ist ja höher aus, als ich dachte. Das sind aber ganz fiese Pflanzen. Die muss ich gleich ausschalten. So, pass auf. So. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wie ich das am besten... Ah, ich muss die kurz ausschalten hier. Das wird sonst nix. So. Dann brauche ich dringend... ...den guten Weg hier runter, so. Und hier rauf jetzt wieder? Ja, ja. Okay. So. Yeah. Okay. Was ist das denn? Sieht so aus, wie so irgendwas Fieses von Half-Life, was einen nach oben zieht. Ja, keine Ahnung. Ja, eigentlich müssen wir mal wieder zurück und Harz holen. Sonst kommen wir hier auch nicht weiter. Also, wir finden oben Harz. Das weiß ich aber noch nicht, ob das wirklich möglich ist. Auf diesem Planeten. Hopp, 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 hopp. Ich laufe mal, wobei... Ich lagere hier die Sachen und dann laufe ich mal los und gucke. Such mal. So. Oh, Energie lasse ich noch mal dabei. Oh, wobei... ...es Gemisch. ...ein paar Verbindungen kann ich auch noch bauen. Und hier wäre sowieso ein Höheneingang gewesen. Ich glaube nicht, dass wir hier Harz finden werden. Hoffentlich trotzig drauf, aber ich glaube es nicht. Warum sollte man denn überhaupt den erdähnlichen Planeten verlassen, wenn es da sowieso alle Rohstoffe gibt? Außer nur aus Entdeckerlust. Hydrazin. Ja, okay. Diese Energie ist also ziemlich nutzlos geworden. Oh, was ist das denn? Da will ich mal kurz hinrennen. Äh, finden wir da irgendwas. Okay, unser Saustoff wird nicht ausreichend dafür. Wo haben wir denn unser extra Tank eigentlich? Ob der nicht wirklich funktioniert. Oder vom Stoff, äh, jetzt verbraucht er eben. Okay. Oh, shit. Oh, shit. Oh, Stoff ist vorbei. Ja, warum nicht, ne? Noch mal Titan, aber da brauchen wir noch einen Tank. Da haben wir. So, jetzt rennen wir mal in die Richtung, nur um zu gucken, was das wird. Oh, was das ist, da hinten ist. Durch nutzen wir natürlich hier noch, solange im Sauerstoff aus wie möglich. Und dann begeben wir uns mal da hinten hin. Hui, hui, hui. Und hin. Aber es sieht ja fast aus wie ein ausabgestürztes Schiff oder so. Weiß es nicht. Wir gucken aber mal. Lass uns überraschen. Das ist ein ganzes Stück, aber es ist noch kein Sturm da, von daher haben wir eigentlich ganz gute Chancen, das zu schaffen. Ist das? Das ist ein Flügel, glaube ich, von irgendwas, aber von irgendeinem Gebäude, ein Stück. Das ist wie eine Außenhülle. Oh, es gibt hier Gemisch. Kann es sein, dass es ein Solarsegel ist, von einem, von irgendwas Großen? Sieht aus wie ein Solarsegel. Interessant. Auch cool, wenn hier weniger Schwere, äh, die Schwerkraft wäre. Das? Also können wir wahrscheinlich auch nicht mitnehmen. Nö. Es wird dunkel. Es wird dunkel. Es wird dunkel. Wir machen.